Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Wir haben Angst um unsere Gesundheit und die unserer Familien. In über 170 Ländern wütet jetzt schon das Coronavirus. Besonders schwierig ist das für Menschen, die kein fließendes Wasser zu Hause haben und nicht einfach zu einem Arzt gehen können. Die Gemeinden, in denen wir arbeiten, sind sogar mehr auf Risiko der Infektion, weil viele davon nicht genug Essen zu essen haben. Hundreds and thousands have been forced to flee their homes multiple times due to war or natural disaster. Many are facing chronic illnesses, disease and disability. Lockdowns, curfews, social distancing, these measures do not come easy for people who need to leave their homes every single day to be able to earn meals for that day. Our teams on the ground are working around the clock to prepare and respond to this emergency. We are preparing our response in the following ways. Water supply and sanitation activities, public and households and washing facilities, increasing water supply for internal displaced population and host communities, and food distribution and emergency food stock for infected and affected families. Care hat jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Pandemien und mit Krankheiten. In über 70 Ländern haben wir jetzt schnell Covid-19 Notfallpläne entwickelt und helfen dort, wo wir können. In addition, we are supporting the capacity building of healthcare providers in order to ensure that the referral pathways, especially around gender-based violence, continues and is up and running. Es ist jetzt lebenswichtig, dass alle Menschen weltweit wissen, wie sie sich schützen können und dass sie auch die Mittel an die Hand dafür bekommen, um dies zu tun. Dafür müssen wir schnell sein. Gemeinsam. Mit Ihrer Unterstützung schaffen wir das. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.